ich habe mir ich habe ach du scheiße der körper lebt noch ich habe es mit angst zu tun bekommen viel spaß mit dem teil jetzt dem teil du sagst das so verheißungsvoll moni rennen der hände freue ich mich ja schon großartig drauf kommen wir jetzt irgendwo rüber oder und das spiel durchgespielt dazu und kennt sich ja schon aus dabei ist das alles schon nichts neues für dich also auf die leiche dort würde ich ungern klettern ganz ungern ganz ganz ungern glaube ich jetzt nicht so gerne drauf aber in die kiste verschieben nicht gut dann kommen wir da unten durch ich weiß nicht ob wir da durch wollen das ist ja toll die punkten komputern bewegen sich scheinbar ich glaube ich kann uns angreifen oder das können wir gegen die wache auf sie drauf springen oder na hoch hier kann ich klettern oder was die hand ja sie kann klettern durch da und ein 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 fröhlicher albträum euch es gibt es hier wahrscheinlich zurück sieht gut aus hans oh nein die hand kann klettern deswegen schnell weg hier ach du schreck hallo hans hammer 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 auf die finger wir sollten erst mal auf die finger und bevor wir uns die sache klauen können ich hau dir auf die pfoten weg da bevor uns die sicherung klappen fassen können müssen wir die hand besiegen nein sie hat unser gesicht sehr humane specherpunkt gesichtskrabbe wie kriegen wir die denn kaputt verdammt wie ist es denn eigentlich dazu gekommen wegen wie kann das denn wer hat denn angst vor krabbelnden händen wie kommt es denn zu dieser angst ist das durch einen film erstanden gab es da einen film mit krabbelnden händen oder ich meine es ist doch keine natürliche angst ich meine angst vor spinnen oder so das vielleicht kann sich das dadurch irgendwie ein bisschen ableiten aber ich meine wo kommt denn das her auf die pfoten und bleib tot und schafft freigeschaltet sehr schön okay was machen wir jetzt hiermit bestimmt die kiste wieder wegschieben beziehungsweise wegziehen so unangenehm fand ich das kapitel hier bis jetzt noch nicht kann ja noch werden was nicht ist kann auch werden ich habe schon eine sicherung adam können wir jetzt die tür da drüben aufmachen und dann die zweite sicherung finden und dann hier verstehe so kennt man es schon aus dem ersten teil aus dem dlc vom ersten teil habe ich schon gesagt dass mir das dlc von teil zwei noch nicht gekauft habe und es auch erstmal nicht vorhaben werde ok hier brauchen wir eine sicherung ok die sicherung von da drüben können wahrscheinlich nicht mitnehmen oder doch kann man hier irgendwo kann man stuhl zwischen die tür schieben oder so ein rollstuhl hier ein rollstuhl fahren und zwischen die tür schieben welche ein sohn und stuhl ein eimer zum beispiel ok das machen wir jetzt hier mit ach du schreck seht ihr wo wir hier sind elektrische stühle m6 können wir vielleicht irgendwie können wir das so machen dass du da oben rein springst oder wir regeln wir das jetzt und werfen uns kommt auf den elektrischen stuhl jetzt stehst du da oder was ist jetzt die sache stuhl dorthin schieben wir können einmal irgendwie zwischen denen aber schlecht nicht ja das bringt uns auch nicht weiter einmal zwischen die tür klemmen damit wir eine sicherung mitnehmen können klopapier irgendwas was hat zwischen die tür stellen können und schrank hier steht auch noch ein stuhl das schloss das und hier nicht mitnehmen können tja also wo wir den kollegen irgendwie umschubsen und ihn als türblockierung nehmen ne können wir nicht eine klopapierrolle in die tür legen hat ja bisher muss man sich klappt die tür wieder zu irgendwas in die tür entlegen fernseher mit nach oben nehmen oder wie oder was tja also dann wird es jetzt hier bei mir auch damit jetzt auch wieder planlos da weiß ich auch nicht stühle verschieben hier auch nicht das wahre immer verschieben da kann man nicht hoch die tür und gitter aufbrechen die sagt du mal hast du einen plan ich meine du weißt das natürlich wir vielleicht irgendwie eine flasche reinpacken irgendwie aber wenn wir da oben dran hängen dann können wir es wahrscheinlich nicht können wir es da irgendwie dran hängen das war dann selbst irgendwie dran oder irgendwie läuft das jetzt hier okay ich blick's nicht was tun wir jetzt hier was machst du hier hoch meister okay ach du schreck ich trau mich gar nicht da steht schon so ein mensch mal ich hab's doch kommen sehen hilfe hilfe las mich raus und nein habe ich hier einen hammer oder so ach du schreck wie kommen wir hier wieder raus mit der anfahrpüche können wir ein bein hochheben oder so oder eine arme oder damit abwerfen mit körperteilen füße können wir in den schuh können wir nehmen das bin jetzt nicht besonders viel das schnappe ok da muss einfach von der tüter weg gehen ach du scheiße ich bin hier durch verdammt verstehe wie wir das machen verstehe müssen irgendwie ans andere ende des raumes locken und dann irgendwie an ihn vorbeikommen während wir das licht auf ihn halten bleibst du bleibst du bleib bleib ach du scheiße bleib 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 knappe sache da kommt doch gleich der nächste oder was ich fühle mich da müssen wir durch den gang da sind noch weitere kandidaten die nach uns greifen wollen oh wei nein bleibst du stehen bleibst du stehen ja nein Sie müssen uns gleich gegen mehrere verteidigen Fähre Check Point Zieiemann faire Check Point viele Check Point 我 wir log bleibst du 粮 Die beiden sind zu nah. Den einen müssen wir weglocken. Vielleicht am Anfang zurücklocken. Du kommst mit und zack! Stehen geblieben. Ach du Scheiße. Komm mal neben vorbei. Ups! Und jetzt hier! Verdammt! Ach du Scheiße! Wenn es der eine nicht greift, dann der andere. Wir müssen den einen so weit wie möglich, das war schon der richtige Ansatz, einen so weit wie möglich vom anderen wegknucken. Und dann auf den anderen. Geh mal wegrennen. Zack! Na gut, dann werden wir hier bleiben. Verdammt! Ah, stopp! Das war nie im Vorbeirennen, weil er hier steht. Das müssen wir noch an dem anderen vorbeischleichen. Oder so. Ach komm, wir haben sich doch eingeleuchtet. Da müssen wir ein Bein, da müssen wir rückwärts und hinter. Es ist wirklich die beste Idee, dass wir den zurücklocken. Haben wir ihn dort hinten? Können ihn vielleicht auch hinter uns im Schach halten? Müssen beide irgendwie nach hinten locken. Und beide hinter uns im Schach halten. Das ist doch echt die Möglichkeit. Kommt aber auch noch mit. Und jetzt hinter, 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 hinter. Und zack! Ne, das war... Das ist zu knapp. Aber eine gute Idee. Wenn wir die beiden hinten haben, können wir uns irgendwie... Irgendwie... ...an den vorbei. Da kommt auch noch und... ...rennen. Hups! Das ist wirklich sehr knapp. So, mit den Pfeiltasten können wir die... ...steuern. Ah, der bewegt sich schon. Ach, verdammt! Ich glaube, da kommen wir nicht mehr dran vorbei. Aber mit den Pfeiltasten können wir die steuern. Okay. So, hier, 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 hier. Okay. Da schnimmt die Steuerung drüben. Verdammt! Das wäre doch wirklich ein guter Plan, hier... ...zumindest erstmal die eine, hier hinter zu locken. Da können wir rückwärts laufen. Kriegen wir es hier rückwärts zu laufen? Nee! Nicht wirklich. Das ist das Problematische. Wenn wir rückwärts laufen könnten... Aber wir können schräg seitwärts laufen. Ah, da wird die von beiden Seiten kommen. Müssen die beide irgendwie auf eine Seite kriegen. Und die müssen wir auch auf die Seite kriegen. Okay. Können wir uns irgendwie links an euch vorbeischleichen? und es so gut so gut so gut so gut so gut so gut so issues gut so es alles gut bleibt bloß dort ducken und unten durch neitherdruck zurück Getzerrückwärts-rückwärts-rückwärts-rückwärts da machen wir gleich die nächsten ja natürlich für ihr checkpoint bitte nein natürlich nicht okay wir haben den plan was wir machen können ich weiß nicht was wir danach los können wir erst mal entspannen erstmal die dort behalten kommt der kollege haben wir erst mal an verdammt werden wir den vor uns damals glaube ich unter kontrolle dann können wir sehr viel muster lernen das wird spaßig jetzt hier mit dem den kollegen ich behalten wir hier und dich auch das war die noch ein bisschen herankommen so hier kommt da kommt da kommt bloß den hier nicht mehr dass der sich nicht mehr bewegt sonst hat er uns und der hier auch du jetzt hier und und sagt und bleibt 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 aus ob jetzt haben wir das zumindest schon ok die bleiben weg es wird uns der hier der hat uns verdammt der wird okay da müssen wir auf den gucken verdammt da kann wahrscheinlich dann auch mehrere das ist zu knapp das ist zu knapp ok zwei machen wir es schon geschafft an denen vorbei es wird lustig du bleibst stehen was ich hab dich doch angeleuchtet man ich hab dich angeleuchtet bis ich drüben bin weiß doch nicht mehr wer jetzt hier von nein 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 aus der andere kann gerne ankommen ein bisschen du bleibst stehen du bleibst auch stehen du kannst gern ein bisschen näher ran ach du scheiße wie kommen wir jetzt so an denen vorbei hinter dir von hinter denen lang rechts an denen vorbei ach das war zu nah dran das ist hier ein level der nachbruch aber in der pause keine kneifzange bringt uns auch was bezweifelt stark aber so seite mir richtig stehen jetzt in blades einen schönen hinter mir bleiben schön schön steht stehen bleiben bleibt und durch das brauchen wir den kollegen hier der von links kommt bleib du bleibst auch bleibt 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 das muss ich irgendwie durch das fenster dadurch wer von euch wer als nächstes ein checkpoint 20 übel du tust nix hier noch andere türen achten können wir jetzt durch sehr schön check the point please check point dankeschön verdammt das habe ich nicht kommen sehen ok da muss man den ärmchen jetzt ausweichen das ist auch nicht auswendig lernen hier nicht verdammt ok da muss nur einmal rum und einmal rum ok rechts dann links dann rechts rechts links rechts da muss man wohl muss da gerne nichts rechtsseiten 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 und hier müssen wir rennen ach du scheiße wie hast du denn da war noch ach du schande wir springen müssen rechts links rechts und dann kriegen wir es schon hin ab der schade rechtsseiten rechts jetzt links wieder rechts links es war zu knapp links und dann springen und am ende hüpfen rechts links schnell wieder rechts rechts halten links ganz schnell wieder rechts und dann mal wieder nach links das ist gaming man muss da merken gaming zurück zu seinen wurzeln so waren die alten arcade games aufgebaut dass man sich muster merken musste um das level zu schaffen ah die hand hier links back to the roots muster merken um rätsel zu schaffen und jetzt nach links und scharf nach rechts links und jetzt wurde ich von der rechten hand gelaufen da muss man so einen bogen drum extrem scharfen bogen drum machen wir haben es ja schon mal geschafft links jetzt hier wieder rechts oh nein da war noch ein arm rechtsx reklamatüriert rechts 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5 Ich versuche mir mal ein bisschen Zahlen zu merken. Okay. Und wir müssen noch rüberspringen. Und rein! Oh, wie kommen wir denn? Wir müssen den andeuchten, oder? Wie, wie, wie denn? Wie, wie? Wie greift der uns zum Schluss noch? Okay, rüberspringen ist nicht das Ding. Bei drei dann schon rüber, hier. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 Und, ah, nein, hier müssen wir noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 5, 6, 2, 3 1, 2 Da schräg durch Die Zeit ein bisschen Es ist ein bisschen verwirrend, was jetzt hier labert. Versucht da mir einen kleinen Rhythmus reinzubringen Den Rhythmus zu merken Rechts 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Okay, das gehen wir hin 1, 2, 3, 4, 5 Und hier dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oha! Und dann hier Da muss der nicht schneller Nach der 3 schon Rechts, 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 rechts Ach, die Hand hier Die letzte Hand Die letzte kleine Hand dort am Rand Die rechne ich nicht mit einem Die habe ich nicht mit dem Blick Nein Und jetzt hier langt Sehr schön Und was machen wir gegen dich hier? Ausleuchten Mit den Feiertasten wieder Oh Mann, oh Mann Ich habe Spaß Nicht Ich hoffe, ihr habt Spaß Das ist hier ein bisschen Naja Und hier lang Und nein Nein, nein, nein Nicht hier Nicht zu weit links Hier Ja, sehr schön Müssen wir mit der Taschenlampe leuchten Die Kollegen müssen wir mit der Taschenlampe ablenken Was zum Okay Das ist jetzt nochmal Bug Da sind wir durch die Wand Geflogen Das war jetzt auch mal ein bisschen fies Da waren wir doch schon durch Das war jetzt gemein Und hier nicht zu nah ran Und hier Da kriegen wir das ja schon ganz gut hin Den Kollegen müssen wir anleuchten Dort Verdammt Mann Der eine Der Drecksack dort hinten Der letzte Drecksack dort Da müssen wir hier auf die Weise anleuchten Dass er da bleibt Dass man das alles hier neu machen muss Dann Ist richtig so Und die Hände vielleicht auch anleuchten Ne, das bleibt nichts Die Hände anleuchten Ist eine falsche Tartik So, dann kommen wir jetzt durch Das schaffen wir schon ganz gut Den Kollegen müssen wir hier In Schach halten Und zurück hier Und drunter Okay Dicht, Kollegen, müssen wir in Schach halten Und hoch Und hoch Und hoch Und hoch Nein, nein Nicht nochmal Ich mach das nicht nochmal Doch, ich mach das nochmal Oh nein Dann was bei dem einen Vorbeigeschafft Und weiter geht's Ach du scheiße Ich liebe dieses Level Von Level kann man eigentlich gar nicht mehr sprechen In gewisser Weise schon Na, nein Nicht Euch, ihr nicht Okay Jetzt muss den Linken dort Den Kollegen in Schach halten Und zurück Okay So kriegen wir das hin Und runter hier Sehr schön Und hoch hier Was machst du denn Verdammt Da muss ich schneller hochkommen Okay Mit der Übung Kommt die Erfahrung Weiter haben wir es Bald schaffen wir es Dann bin ich froh Okay Das kriegen wir doch Das müssen wir doch hier mittlerweile schon Oder routiniert hinkriegen Sehr schön Dich haben wir doch auch schon unter Kontrolle Du bist doch kein Hindernis mehr Jetzt hier unten durch Das ist jetzt nur noch das Ding von dem letzten hier Ach, als ob Als ob Der letzte Blumenlatsch dort Den müssen wir noch Das wird so was von einem Albtraum So schlecht schlafen diese Nacht Den Händen entkommen Den Händen entkommen Den Händen entkommen Den Menschen So ein Kampf jetzt hier Den letzten Menschen anleuchten Was bleibst du stehen Nein So zurück 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 Und runter Und da Und da 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 Jetzt kommst du hier Nein Ganz in Ruhe Jetzt hier Nicht abhalten Verdammt Muss man schnell 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 Sein Ich schaffe Das heute noch Ich schaffe Das Ich kann Ich kann Heute nicht schlafen Bevor ich Das hier Bevor ich Dieses Level Geschafft haben Das ist ja Wirklich Ich Ich Nehme Ich Kann Heute Keine Ruhe Finden Das Ist Ja Das Muss Jetzt Heute Noch Am Steam Schaffen Das Ist Aber Klar Kann Sich Auch Nur Um Stunden Handeln Hinspringen Sondern Hier Hoch Klettern Durch die Luke Durch die Luke Durch die Luke Durch die Luke Hinspringen